Schönen guten Morgen meine lieben hier in so einer Sachse-Baxi-Daxe und E-Ami-A-Spiel-Neue-Weiter-Botternein-Zwein Wo waren wir ja letztes Mal oder habe ich vergessen? Ok, da haben wir nichts da, das ist, muss ich nicht raus, aber die Bandeten, das haben wir, das haben wir Das ist hier? Doch, hier, tut mir leid, aber ich muss schon, also ich muss auf andere Seite gehen, lol Also muss ich durchkämpfen Ja, wenn du mir jetzt sei ordentlich, dann vielleicht könnte ich es schon machen Ah, die ganze Hupi-Dupi-Hups, den muss ich jetzt killen LOL, ich will versuchen den da killen, ich kille den doch, LOL Das war so nice Ich will alle den killen, nein, ich kille den falschen Wow That's all Alter Alter Wusste ja nichts Alter Hä? Wusste ja Alter, rücke ich mich heute ganze Zeit bei mir, oder was? Alter Wusste ja Alter 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 Jemand kommt dahin, die fliegende Ratte rattert, oder? Die gekillt. Ja, sie sind tot. Scheiße. Ja, stimmt. Ich kann sein, ne, entschuldigen. Ja. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die ist das? Komm! LOL! Dei Ernst! So jetzt! Der Basta! Ich will nicht gehen! Du kannst aber knicken! Hu, fertig! Ne, zuschreib! Da ist er auch zu schwarz. Oh. Alter langsam, ich hab Gefühl, ich hab kein Money mehr. Yay, Waffe! Aber scheiße ist. Aber ja, nehm ich. Ich bin gefallen! Toll! Besser könnte das sein, oder? Ich leide einfach nach. Wann zu lieben dann. Ajo, wieso nett? Jo, jetzt kommen wir. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurer aus den Händen gerichtet. Spennst du wohl? Wie konntest du nur an sowas Brutales machen? Nein. Ne, verkaufe ich. Verkaufe ich. Uh, es reicht auch immer. Das muss ich mir überlegen. Verkaufe ich. Vorjahre mal jetzt im größten, weniger. Ne. Ne. Lange Geschwindigkeit, aber fassende Genauigkeit sinken. Ne. 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 Das ist stärker. Danke. Das könnte ich mir ja machen. Ne. 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 Sag mir, ob sie meine Waffe verkauft. Ich bin sicher, dass wir das schaffen. Ich hab schon gedacht. So, und jetzt. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Dass ich kann nicht. Doch, ich bin da. Leute. Warte, 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 warte mal. Ich hab doch eine Quest hier, oder? Oh, mein Gott. Ja, dort. Okay. Yay. Ich hab endlich eine Quest. Ich hab gesucht. Dann muss ich wahrscheinlich hier. Latschen. Dann hier. Latschen. Unten. Und alle, ich tut mir nicht. Ey, ich hab zurück. Alter. Das ist diese. Pulszipupp. Dein ernsthaft. LoL Wo war's? Alter, mein Waffen irgendwie hab ich gefühlt schwächer als sollte Oh, nice Alter, willst du mich verarschen? Nee, die ist schwach Die kleinen Asi wollte mich verarschen wahrscheinlich Ich bin nicht sicher, ob die ist besser LoL, die ist besser Also, nehmen Schrotti Ist die besser? Ja, aber die Genauigkeit ist nicht so gut Feuerrad ist 1,5 Ladengeschwindigkeit ist besser Ladengeschwindigkeit ist besser Ne Moni Und was Effekte ist? 6% Waffen Achso Ich bin nicht sicher Aber, versuchen wir LoL So, hier war werblich genug Oh Okay, ich habe angefangen zu schießen Das war Fehler Nein Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Nein, nein Ich bin nicht sicher Oh, leck mich am Arsch. Hey Leute, guckt mal, wer wieder da ist. Ich bin wieder da. Oh, lol. Läuft. Läuft. Oh, ist der. Toll. Yeah. Ich liebe ihn auch. Ich hoffe, kommt kein Psycho noch dazu noch. Ich glaube, das sind alle. Yee. Oh, scheiße. Wo ist er? Wie wäre denn, wenn du sterbst? Einfach. Alter. Genau. Was war das denn? Lol. Äh, nicht voll, aber... Nein, was sagt, es ist gut oder was? Ja, das ist gut. Kaufe ich. Ähm. Fuck, das ist scheiße. Das war sicher, aber es ist gut. Ich suche ein Schmoni. Suche ich Schmoni. Gibt's keine. Okay, ich gebe ihn weiter. Äh, ja, ich sehe ein Ungefaller, welcher ich mich... lol. LOL. Seine Arschloch. Warte, mich killen. Nehm ich. Geld nehm ich auch. Aber, jo, fast schon. Nächster bitte. Du bist doch da auch. Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Nicht so für euch. Okay, ich musste das nicht nur überhaupt genau genommen, aber trotzdem. Gibt's nicht mehr? Nö. Man. Eskippe Garnix. Gelt noch. Yay. Mütter sind das. Loh. Garnix. Da habe ich schon genug. Oh. Yay, Muni. Das macht sich auf und zu, auf und zu. Okay, das war ich jetzt. Obwohl, ich hoffe, da geht kein Bosskampf wieder gleich. Okay, das war super. Okay, das war super. Ich muss die Schneidung nehmen. Äh, was? Stärke haben ich? Ne, danke, du bist so schwach dafür. Tu bist irgendwie was. Youst nämlich das. Mach mirancen. Ich bin Cheng. Ehm. Ihm. Ihm. Du bist dochart, ich ihan! Oh, da fange ich noch. Oh, ist noch was? Der nächste ist Dordio, das gewillt mir immer mehr. Halle! Ah! Ach du Scheiße! Mach ich kurze Prozessen mehr. Oder so. Äh, das war keine gute Idee. Hallo? In deinem Ernst? Ich hab gedacht, der hat mehr drauf. Yeah, Waffe! Der hat ja nichts für mich. Aber zu verkaufen ist immer gut. Ein Monster! Voll! Okay. Oh! Oh! Ich hab wieder Piss. Ich hab wieder Piss. Ich hab wieder Piss. Ich hab wieder Piss. Ja. Das ist ein Problem. mich verarschen die es über den aber übertrieben stark muss ich sagen die erste eine michael durch Komferen! So! Wo kann ich noch? Laborallwarte Ich muss immer wieder erstmal besiegen Oh Gott sei Dank, wie sehlt das Meine Eltern zappelten und freunden sich und ich habe sie nicht getötet Ehrlich? Verrückt, haben sie mich genannt Nein, ich bin nicht verrückt Ich bin der Kriegsschlitzer Ich bin der Ich bin... Ich bin... Der ist durchgeknallt Eindeutig Oh Das war nice Jo Ja ist gut Ich bin erst LOL Was ist das für Armee? Ohja, ernst Einer verrückt immer ein Schmarrer, ne? Ja, ja, gut, ich hab gesagt, sobald verrecken, ja, hab ich. So, das haben wir, das haben wir. Oh, okay. Oh, ja, ja. Es tut mir nicht leicht. Wie ist er erschüttert? Er soll nach oben? Toll. Schauen wir gleich. Ne, hier gibt es gar nichts. So kann ich zurücklaufen. So Leute, ich werde sagen, das war's für diese eine Runde. Und wir sehen uns am nächsten Tag. Bis morgen. Tschau.